Hallo, ich bin der Vipalpe und dies ist eine Videoantwort zum Let's Flash Nr. 50 von Jerm Let's Play. Also von dem Spiel Diving Intervention. Ja, ich habe eben ein bisschen gespielt, bin eigentlich bis zu einem Boss gekommen, wo ich nicht weiterkomme. Ja, das stelle ich auch mal auf easy und alles andere lasse ich. Wollen wir mal gucken, wie ich mich jetzt schlage. Und... Hier müsste der Dingsbums-Typ kommen. Wow. Ah, danke. Schuch, schuch, schuch. So. Wow. Oh, der Junge. Ah, da. Wow. Bleift tot. So. 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 Ich werde es halt um so weit wie möglich zu kommen, bis ich aufgräbe. Ach, Mann! Ja, das war aber etwas blöd. Ich frage mich, was das hier unten für Schwarze Kästen gewohnt. Irgendwie geht einer weg, wenn die Gegner kommen. Oben auch, wenn man ganz leicht guckt. Okay, das mit kleiner Hilfe finde ich. Ich werde wieder den betreten. Ha, ich werde da gut kaputt kommen. Stopp! Hier und so, wir gehen weiter. Coming through. Ach, Mann! Wie macht die Maus? Ja, ich hoffe, ich komme weit. Und so ein verficktes Kind, was mir den Kopf abreißt. So aussieht wie ein alter Oper. Und so ein verficktes Kind, was mir den Kopf abreißt. Das war sehr knapp. So, jetzt kommt wieder dieser verkackte Typ. Wie es mal nimmt... Aaaaaaah! Oh, das kennt uns nicht auseinander. So. Und jetzt kommt ein Typ, den ich hasse. Jetzt brauche ich die Pumpgun. Hier weiß ich nicht, wie ich einen Attack von ihnen ausweiche. Leider. Wow. 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 Ne! Ach, Mann! Das kleine Vieh frisst uns auf. Mann, oh Mann. Oh, der zieht noch einfach einen Blitz auf von... Einfach damit das Video gestreckt wird, ne? Kleinen fetten Arschloch. Wie weiß man das aus? Das frage ich mich. Auf die linke Hand habe ich versucht zu wissen. Auf die rechte eigentlich noch? Ah, ich glaube auch wieder auf den Kopf. Ja, teste ich mir gleich. Wenn die Reaktion bei mir da ist. Einfach gucken, wann er aufsteht zu tanzen. Ne! Ich war zu nah dran. Oh, jetzt... Herr K-K-K-K, komm schnell bevor der sein verkacken wird. Na gut. Bleibe ich einfach hier hin. So, 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 so. Also, besiegt hatte ich nicht. Ich saß hier 40. 50 Versuche zu haben. Ich verkacken. Sowas ist schön zu sehen. Die kleine Monster, die kann man leider nicht abknallen. Also, hatte ich versucht und hatte mir nicht geklappt. Und er kann Feuer spucken. Also, er kann drei Sachen, vier Sachen machen. Er kann auch noch losfliegen und uns packen. Fünf Sachen und der Kopf wegfressen. Wenn er zu nahe kommt, dann frisst er uns. Jetzt fliegt er los. Mal gucken, wann er aufwärts zu tanzen. Nein! Ah, Mann. Ach, Mann. Den Boss hasse ich. Auch wenn es der Erste ist. Der geht mir auf den Ersten. Und... Ja. Drüber springen. Und wieder zurück gehen. Okay. Raus gehen. Raus gehen. So. Fahren bitte. Auf den Bauch brauche ich gar nicht mehr zu ziehen. Ah gut. Das hilft. Der Bauch ist schon komplett offen. Also muss jetzt Kopf dran leiden. Den, 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 den. Der tanzt, tanzt, tanzt. Und... Jetzt. Ja, den Boss haben wir jetzt erledigt. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Äh... Oh, und noch einmal oder was? Bitte. Achso, der geht automatisch. Oh, ich dachte schon. Ja. Ritt in der U-Bahn. Gucken wir uns das mal an. Oh, lecker. Ach man. Also zum zu Ende. Also, das war die Videoantwort. Zu den Let's Flash Folge 50 von Sam Let's Play. Also. Wenn es fertig ist, ne. Dann hör ich auf. Hm. Dann beende ich die Aufnahme. Ich will gucken, ob es jetzt kommt. Nee. Okay. Haut rein.